willkommen zurück zu einer neuen folge von pokémon still wir sind nun kurz vor spike vor denn hier an dieser stelle das ende soll gegen sie haben wir schon gekämpft ja ich glaube wir haben gegen die schon gekämpft ich habe nicht alle punkten gefangen aber ihr wisst ja auch wieso gibt es noch mal kloppte post und das pokémon da da wäre ich auf jeden fall noch mal in kommentare gucken ob das neues oder nicht und das weiß ich was ich nicht wissen weiter nein okay leider nicht aber hier ist ein alter das noch kurz eine scope linse ok ein mauzinger das kann gerne abhauen da kommen wir fahren ob jetzt keinen sogar ein ja so hier haben wir noch nicht lang wenn so weit ich weiß ist das der weg zurück na was der weg zurück um dann zur achten arena zu kommen gegen roy damit die challenge abzuschließen neuesten rapper let's go ich bin am glücklichsten wenn wir tanzen singt tanzt das ganze leben ist eine party ok ella und gavin ok warum war das was wollt ihr mich irgendwie umbringen warum haben die solche starken pokémon also nicht sogar jetzt aber naja waren den erst mal down tschüss so 2 kommt sagt mir du kriegst das marakamba glaube ich heißt das wanted down ne schade im volltreffer war das sogar noch gott doppelkrieg ist keine stark attacke gigasauger ich wusste es kommen geht auf dem intelion man schießt einfach mit intelion ab und dann war es das dann brauchst du bist du mich eigentlich veräppeln das ding das ding soll h2o absorber haben weil es ein kaktus ist oder was ok super zum staunen und level ab für niemanden tanzen macht definitiv fröhlicher als kämpfen ja ja buchmann attacken alles in den topf so viele glücksgefühle verlieh ich deinen kopf in einem tanzduell hätte ich nicht verloren wir beide sollten uns in zukunft mehr auf unsere stärken konzentrieren glaube ich immer wenn ich verliere muss ich irgendwie ein paar lahme reime loswerden naja in lahm fand ich die jetzt nicht umwürdig zu sein lahme reime finde ich wenn sie kaum rein wenn sie schon etwas rein aber nicht wirklich viel noch reicht wir werden demnächst mal wieder pokecampen aber jetzt nicht jetzt habe ich keine lust soll hier ist irgendwas los was los hier meine güte wir kommen einfach nicht das bike fort rein wie lange sollen wir uns denn noch die beiden in den bauch stehen wie soll ich denn jetzt in und nicht arena leiter zum kampf herausfordern wieso haben die das heute runter gelassen so kriegen wir den nächsten noch nie hey miche hier drüben mary glaube ich hieß sie sie ist einfach die sport ok da ist es noch ein item gewesen drei kaps in megablock schönen geld machen damit spike fort ist meine heimatstadt ich kenne diese gegend wie meine eigene zwies westen tasche weshalb weiß ich deshalb weiß ich auch dass es noch einen anderen wir geniecht hat gibt wenn du nicht das willst könnte ich dich theoretisch reinschleusen aber da wir rivalinnen sind musst du mich zuerst in einem kampf besiegen sehr gerne wir haben uns beide als arena challenger bisher hervorgekämpft und wie ich dir ja schon mal gesagt habe das betiere ich dich als rivalin aber für mich hängt viel davon ab dass ich gewinne ich darf einfach nicht verlieren es gibt viele leute die sind sehr gut für die vor auf mary kann man sagen ich kann es verstehen aber ich kann sich nachvollziehen ich würde nämlich nicht oder wie sagt man nein ich finde sie nicht ganz so geil weiß nicht so ihr all black und zu dieser gefühlt emo look ist nicht so meins und ihre persönlichkeit ist nicht schlecht ich mag sie ich finde sie sympathisch aber ich finde sie nicht so nice wenn ihr versteht was ich meine und viele mögen die so sehr moppeko anscheinend haben wir haben die mir gesagt wir hatten nur unlicht pokémon das wusste ich sogar gar nicht habe ich gar nicht mehr hat aber das soll wohl so sein trotzdem hat sie keine chance gegen mich so zwei level ab trotzdem noch toxi quark ich habe ich schon seit pokken nicht mehr gesehen ja seit pokken habe ich den ich nie warte pokken war doch die vorentwicklung dann habe ich den dann zuletzt gesehen vielleicht ein xy keine ahnung so kursi kommen wir mal kurz raus ich kann es gibt kuli kannst du mir du machst das gut kursi ich vertraue dir das macht geschwütend mit willst du oh da werde ich aber sehr verwirrt ähm mach 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 das hat sehr weh kursi hat echt keine gute verteidigung irgendwann verteidigungsitem für kursi ganz dringend wenn du dich selbst schlägst wo kann sagen er hätte ich dich verbannt das meinem land schwarz ja aber lass uns das pokémon doch wieder lieber wechseln zurück zu in italien denn der kant am besten glaube ich so werden heute nicht die arena machen also nicht schaffen denke ich mal was geht ja so wie immer schätze ich meine challenge vermute ich mal ja ja ich muss aber ehrlich sagen dass wir das spielen wenig zu kurz vorkommt bin das nur ich willkommen das spielt was zu kurz nein das hat trockenheit willst du mich veräppelt boah jetzt bin ich da und beleber verschwende dankeschön wieso kann mir das spiel nicht sagen was für eine fähigkeit der hat ne find's doch heraus alle haben irgendeine fähigkeit wo die wasser durch wasser attacken wieder leben bekommen ey was ein rotz was ein rotz ey was soll denn das boah das legt mich halt richtig auf mein süßes süßes creamy setze zauber schein ein und down nice ok cremig wird sogar lab und sie leben auch cool letztes pokémon von ihr euro kex von meiner rival habe ich nichts anderes erwartet du weißt wie du mir einheizen kannst euro kex ist echt nicht zu spaßen du die will auch beim team haben schwarzen weiß und schwarzen weiß 2 das wird ja auch jahre jetzt bleibt wenn man glücklicherweise war es effektiv super rotini level ab kursi level ab was soll das denn meine pokémon konnten ja gar nicht richtig zeigen was sie drauf hatten naja zum teil schon so langsam verstehe ich warum mein mopekus an die interessiert ist du bist echt stark aber eins sage ich dir ich werde meine freunde aus spikefort aufheitern indem ich gewinne vergiss das nicht ich werde alle acht orten sammeln und erneut gegen mich antreten beim champ cup gewinne ich meine revanche so nun wird es zeit mein versprechen einzuhalten los mir nach ok und da sind wir in spikefort angelangt was ein versiffter ort zumindest die wände sehen nicht geil aus alles ist so als wäre es da schon seit zehn jahren ich meine zehnhundert jahren sehr kleine stadt wie mir scheint also wirklich klein nicht mal auf der map wird angezeigt dass es hier eine arena geben soll das hat mich richtig aufgeregt mir wurde gesagt die siebte arena ist hier in spikefort ok schaut euch das an in jedem in jeder stadt gibt es hier auf der map eine übertriebens große arena damit man weiß da ist eine arena da ist eine arena da ist eine arena und so weiter und dann gibt's spikefort denkt sich so nee mach ich nicht als würde niemand wissen was spikefort ist wieso why you do this nintendo gamefreak hey du wages ja nicht mary's morpeco zum wein zu bringen sorry ich dachte mir schon dass ein trainer der es bis nach spikefort geschafft hat eine bestimmte aura erstrahlen würde du bist hier daran du bist hier daran könnte mir wir wollen können wir das ändern dann gehe im vorderen ness heraus ness ok wie soll ich denn sonst denken wenn er ness sagt mit z ness der ist also nicht erschienen der ness menschenes menschenes ich bin enttäuscht so wir gucken uns da natürlich erstmal um spikefort die chaotisch aneinander gereihten Läden allein dieser stadt ihren punkigen charm ok super ich mag die stadt nicht ich mag sie nicht äh ich kann nicht rein ok super toll ich mag die schon einfach nicht kann ich hier rein das wäre super gewesen nein oh wenn das heute geschlossen ist hält das die ganze arena challenge auf ich habe keine ahnung was hier los ist aber ich werde es herausfinden ja das ist für dich ich habe viel zu viel davon viel erfolg oh danke olé und willkommen ins bikefort ich hoffe du bist bereit für die arena mission und es geht nämlich gleich los aber vorher muss ich dich noch bitten deine uniform zu schlüpfen äh es geht direkt los wenn du zum arena leader wins musst du schnurstracks in diese richtung weitergehen ok die stadt ist die arena challenge alles klar oh nein wir kämpfen ganz entgegen team yell ist dann ein team yell mitglieds der arena leiter hey arena challenger ist hier durch so dumm ich will dich nämlich nicht durchlassen das ist eine klassische putt situation du willst durch und ich will dich nicht durchlassen tja da habe ich nur eine lösung lasse uns kämpfen ich hoffe dass ich viele starke pokémon ein geradax nicht immer entwickelt wir sind schon hier kurz vor der siebten arena und du willst mir sagen du hast kein barrikadax enttäuscht bin ich sehr aber wirklich wirklich sehr viel zu einfach deine pokémon haben meine verteidigung ganz einfach links liegen lassen komm beiseite hier ich hatte mich extra zwischen diese wände an die laura gelegt um dich aufzuhalten aber jetzt wo ich verloren habe ist das eher alles jack jacke wie hose ok ich muss nicht wohl über ich muss nicht wohl oder übel durchlassen na los geh schon ja ich werde auch schon gehen ok hm hallo panty was ist ein begnadeter tänzer das hielt die stimmung im team panty muss ok sag mal kennst du die attacke lichtschild die lässt nichts durch im gegensatz zu mir naja oder zumindest wenig hm panty muss aber ein normales kein gala panty muss es gibt ja jetzt ein gala panty muss hä was was haben wir denn da einen challenger und so wird es einfach so hier durch dann musst du erstmal ein team jahr vorbei und das wird nicht leicht denn spyquad ist unser revier wir haben also heimvorteil heimvorteil ja daunuchs pff ihr seid ja echt langweilig wie team rockhills wir sind mal die gleichen pokémon also es ist wenig enttäuschend muss ich sagen ich bin schon level 50 ey ich bin so krass level 50 hier seid noch keine level 50 h hehehe hehehe ich weiß nicht welchen typen die haben deshalb lässt einfach mit dem talon vorne aber aber ich hatte doch heimvorteil hilft nicht immer mein pokémon findet das total stark wie stark du bist sobald wir weg sind geht die neon tafel da drüben an das heißt dass du weiter kannst panty muss oder im englischen auch müsste mein panty panty wie das sich bewegt ja ich weiß dass ich nach rechts muss danke spiel aber das erinnert mich vorher an solche ähm biedemaps da gibt es ja auch immer so ein schild so go go nach rechts aber kann ich mich hinsetzen cool äh hi ok ole 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 wenn wir gerade zugejubelt haben niemanden wir waren einfach in oleelaune ole oh mein gott wir haben das überlebt also ich meine ohne kratzer ohne prällung sie sind einfach auf ihre beine ohne irgendeine knien animation ok krass krass da habe ich erschreckt ich gesagt bin ich sogar selbst ein bisschen erschrockt aber nicht vor mir selbst sondern weil die landung so wehgetan hatte ach so hat doch wir getan okay ja hohe war es ja nicht aber trotzdem muss er trotzdem prellen oder zumindest so dass du knies und deine hände flerben boden hast du nicht noch abstützt keine ahnung also gut und kämpft gegen mich damit ich von diesem schmerzen abgelenkt werde ja aber dann kriegst du noch mehr schmerzen weil ich werde ich versiegen du sagst du vielleicht haben sogar heute die arena durch wer weiß ich mag die arena das ist echt cool und ich habe nichts dagegen wenn ihr das für nicht jede generation machen ist eine coole vielleicht nicht die rege challenge über aber so eine mission immer bei der arena das wäre geil das noch lebt kommt ab kann es nichts bis nichts müssen was werden ihre kex 51 schon das ist ich bin so krass ich habe verloren und mein bein tut wieder weh zwei schocks auf einmal du wolltest dass ich habe dir gesagt ist nicht gut ja ich habe verloren aber ich habe auch unter fürchterlichen schmerzen gegämpft das könntest du rick ein bisschen würdigen naja wenigstens tut mein bein jetzt ein bisschen weniger weh also kann ich das weiter suchen der andere hat mich mal angegriffen wo gibt es die items warum ist die stadt so seltsam na kämpfer deine burgemann weifen inzwischen bestimmt auch durch dem letzten loch auch die beiden wir waren berühmt werden darum würden wir tag und nacht unseren berg flip da staunst du was wenn dessen haben die ihre body pillows in der hand oder banner andere sagen hey staunen gefälligst wenn du durch das ganze gestaune abgelenkt bist kann ich derweil nämlich heimlich gewinnen nein so funktioniert das nicht ich mach dich locker wieder schnee bunda immerhin mein neues pokémon hier zu gesicht also von denen ein neues pokémon hier hatten jetzt noch nie ein wunder gehabt sobald ich weiß vielleicht habe ich jetzt noch vergessen aber ich glaube wir hatten bisher noch kein ziel oder der durchschuss ach easy hier einfach einfach zu wie schon vorbei echt jetzt echt jetzt ob sie ich hatte ich hätte wohl eher an meinem kampf ziel fallen sollen als an meinen backflip danke für den tipp schwester du hast einen neuen fan in mir gewonnen wie bitte ok meinst du gerade zu mir schwester weiß ich glaube das war positiv gemein so wie lange dauert das denn sind am ende ok let's go oder nicht jetzt redet ihm ja so richtig auf du denkst du kannst du hier völlig ohne konsequenzen ärger stiften ja da muss ich enttäuschen falsch gedacht du bist unsingelt wenn wir mit dir fertig sind kannst du nach hause fahren was hätte ich meinen einsatz verpasst aber um mich zu schminken war keine zeit mehr ja du siehst richtig wir von team ja sind in wirklichkeit die arena leiter von spike fort okay das war mir schon irgendwie klar dass team ja hier übel treibt so pion dragi habe ich auch schon ewig nicht mehr gesehen dass das viel noch gibt ne so kommt zwar lockt ich würde eigentlich nicht mit zwei lockt kämpfen gerade aber passt schon es war ja keine chance 4 und 3 jetzt erstes darum weil das kann echt böse dinge machen und kleopatra ich kann ja eh nicht so viel ist halt wie es nur billig hat nur halt etwas anders aber so gewonnen so wer ist erinnert also ich will ihn heute noch machen weil die zeit recht nämlich noch ohneerwarteter weise jetzt wollen wir kriegen level up 47 cool also ich hätte es viel besser gefunden wenn du gegen uns verloren hättest habe ich nur als mitglied von tbl versagt oder als arena reiter arena trainer ach so trainer ich habe immer an den leiter gelesen sorry war mir ist doch egal was du gewonnen hast als längstens kriegst du so mit dem arena leiter zu tun also der wirkliche arena leiter mit keinen ehreler trainer wie uns und er hat mächtig was auf den kasten ich mach mir keine illusion jeder weiß doch schon längst ist er wirklich unser team hier steckt dass du mich ohne meine team schminke erwischt hast kratzt hier keinen bestimmt nicht so und jetzt mache ich erstmal mit die balge so sicher ok let's go soll ich einfach mary oder bitte was könnt ihr jetzt mal kurz den mund halten ich rede oh weike hast du mich erschreckt tut mir echt leid aber ich bin so wütend ich habe gerade verklickert bekommen dass spike für mich abgeregelt wurde mit spike vor geht es einfach immer weiter den bach runter und was unternimmt arena leiter nests dagegen nichts er tut so als wäre alles in butter deshalb deshalb haben wir irgendwann die sache in die hand genommen und dann als team yel verkleidet um die anderen arena challenger zu sabotieren was sie sind gar nicht echt unser plan war keine anderen challenger die stadt oder ins arena stadion zu lassen damit hätte ms mary leichtes spiel gehabt und die arena challenge ganz alleine gerockt das wäre ihr ticket zum champclub gewesen ihre chancen den champ vom thron zu stoßen wäre damit sowas von gestiegen ich weiß es nicht das ist doch betrug nein betrug unter guten fans stelle ich mir definitiv was anderes vor da vorne steht da also bin ich bereit dafür ganz kurz nachchecken ich habe es noch auf so speichern natürlich das ganz wichtig immer und let's go da rechnen mit dem bock orzobor ist im hintergrund das heißt ich möchte ein pokémon täuschen würdest du meinen deinen banken tags ging ein pandy maus der kante und das war mich bei uns gegen pandy maus let's go wer ist es ist niemand geringeres als das ist was wei warum 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 denkt er nicht der bewegt seine lippen wie ich so sein mikrofon seinen körper aber er sagt nichts und er auch endlich kommt mal jemand als arena leiter bin ich nicht wirklich was gebrauchen musste wissen ich hatte schon panik dass mich deshalb keiner ausfordern würde aber dank meiner guten ohne habe ich die sache mit dem tor mitgekriegt ich kapiere die ganze aktion ja aber so allein zu sein hat ganz schön in der seele wehgetan in diesem stadion ist einer merks leider nicht einsetzbar ich kann ja also nur einen einfachen kampf bieten ich hoffe du wirst trotzdem ein bisschen spaß anhaben ist doch ganz stimmig hier oder nicht hat was warum wartet kein sound dann wollen wir mal ich bin der redner letter von speichwort und begnadeter trainer von und nicht pokémon danke meiner sensiblen seite nennt man mich den wehmütigen es dieses lädt für alle die glauben mich in einem pokémon kampf besiegen zu können also für die ich mein team kann es kaum erwarten jetzt wird es gerockt zwei quarts ok denn eine andere musik und irgendwie ich will euch alle hören sagt es mir los ihre kex bedroht die stimmung macht man halt langsam weh ok dann schieße ich euch einfach ab und das war's kampf ist echt nicht schlecht so es ist doch alles etwas anders und irgendwie vor allem auch sehr seltsam finde ich keine ahnung das wird alles so seltsam ungewohnt so keine ahnung ist so seltsam hier ihre kex natürlich nicht blöcke kala manero was das für pokémon oh das viel mit seiner fähigkeit umkehrung wird kann man ihre euch ordentlich aufmischen ok da bräuchte ich erstmal ganz schnell eine heilung übertragen ja komm verschwenden wir uns das übertragen kein bock bevor ich noch sterbe schmarratze aber die seltsame siebter arena muss ich ehrlich sagen ich würde sich mal arena nennen ich würde es einfach keine ahnung ist auf jeden fall sehr interessant kann man sagen wie findet ihr das schreibt es mal in die kommentare ich finde ihn vom aussehen her sehr eigen und von der persönlichkeit her ich finde ihn vom ersten eindruck her sympathisch man kann sich unterhalten krimi und kusi level up nice ein barrikada ja klar sein signature pokémon oder vermute ich mal hier kommt das damal der bären sein geländes hören es ist ein markenzeichen barrikada das ist ja irgendwie voll seltsam mit meiner stimme aber egal ähm ja da haben wir noch einen übertrank ich habe mich ziemlich viel schaden gemacht aber wir schaffen es diese nummer habe ich mir extra aufgehoben das Blumen wird durchdrehen oh Gott was das für eine attacke gewesen komm Präzisionsschuss oder kein bock oder was Abblocker kacke so so bam bam oh verdammt ich brauch zwei mal mhm was next strike hab ich richtig geleben was war das für eine attacke boah verschwenden doch nicht meine kack AP ey du bist doch so ein rotzvieh ich kann dich einfach verrecken ne ich muss block einsetzen du kackpenner piu bam so was dann letztvieh ich hatte ja nämlich noch so entweder mit 52 der skunk tank nicht meins bei mir gibt es keine zugabe keine attacken nur noch keine pokémon ja stimmt ich würde sagen keine weiterentwicklung aber doch das ist die weiterentwicklung habe ich verörtert es war das stinken aber das soll es werden alle stinken aber was soll's ok super ich glaube schon ja ok dieser folge macht diese darin geschafft und die level ab und sie sogar auch psychokinese gerne gerne ein ding man kein ding ich habe alles gegeben lassen das irgendwann mal wiederholen vielleicht ich bin froh dass ich gegen mich antreten durfte meinen pokémon scheint es genauso zu gehen ich gehe mal in ordnung oder leider keine epic musik aber passt schon hier das ist der onlicht on Problem kind bisher 55 fand es auch deine unvorm geschehen ach deine Ausbildung ich bin nicht unbedingt auf meinem konzerten verkaufen ok als nächstes war dann etwasends bestimmt meine kleine schwester mary heraus deine schwester Marry ist deine Schwester? Why? Was? Findet ihr gesehen ähnlich? Ich meine schon, aber... Hätte ich jetzt nicht herausgefunden. Das war schon ein bisschen abbewegend. Du hast den Kampf also mitverfolgt? Dann kann ich nur hoffen, dass du dir kein Vorbild an mir nimmst, Schwesterchen. Ach was, deine Taktik war nicht übel. Ich hab mir ein paar gute Tricks anfänglich abschauen können. Wirklich? Hör mal, Marry, es gibt da was, was ich dir sagen will. Ich würde meine Stelle als Arena-Leiter von Spike fort gerne an dich abtreten. Das weiß ich doch schon längst. Du willst nach dem Turnier zurücktreten, richtig? Weißt du, dafür, dass du dich strikt weigerst, die Anahme einzusetzen, hast du als Arena-Leiter echt gute Arbeit geleistet. Das mag ich an dir, Bruderherz, aber... Ich muss dich trotzdem enttäuschen. Meine Antwort ist nein. Ich will doch der nächste Champ werden. Da kann ich nicht auch noch Arena-Leiterin sein. Stimmt, da war ja was. Okay, dann lass mich doch mal überprüfen, ob das Zeug zum Champ passt. Danke, dass du mein Bruder so einen tollen Kampf geliefert hast, Maike. Aber jetzt bin ich dran. Du darfst dich also vom Acker machen. Bis bald. Okay, Dankeschön. Du hast ein Eskitz besiegt, was? Ja, das ist eine TM zur Belohnung. Stand Pauke. Lustig. Was? Hey, auf Route 7, ich meine 9, gibt es einen Notfall. Es scheint so schlimm zu sein, dass sogar der Champ dafür anrücken musste. Du da. Du hast ein Eskitz besiegt, stimmt's? Dealon könnte deine Hilfe sicher gebrauchen. Komm, ich bring dich zu ihm. Ähm, dürfte ich bitte die Folge erstmal bänden? Bis zum nächsten Mal.